Diese Burg könnt ihr bald aus Klemmbausteinen nachbauen. Aber nicht die Ruine, die Burg Rodenstein heute ist, sondern die Burg, die sie einmal gewesen sein könnte. Alles, was ihr dafür braucht, ist die Burg der Löwenritter von Lego. Okay, ihr braucht das Set zweimal. Einmal für den östlichen Teil, den ich daraus gebaut habe, und ein zweites Mal für den westlichen Teil, den Evil Medieval, a.k.a. Chris, daraus gebaut hat. Er hat das Set 10305 schon mehr als einmal sehr erfolgreich umgebaut und es war mir eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Warum Burg Rodenstein? Ich habe diesen Ort schon oft besucht und daher eine besondere Verbindung zu dieser Ruine. Der Ort liegt idyllisch mitten im Wald und wenn man hier ankommt, wird man sofort in die Vergangenheit versetzt. Die Burg ist außerdem klein genug, um im Minifigurenmaßstab nachgebildet zu werden und besonders gut gefällt mir der östliche Eingang, hinter dem eine Rampe in die innere Ringmauer führt. Mit fast 8000 Teilen und ca. 70 x 70 cm ist das Modell größer als alles, was ich bislang auf diesem Kanal gezeigt habe. Sobald Chris und ich die beiden Hälften zueinander gebracht haben, zeige ich euch alle Details. Also seid gespannt! GerRegge Das Riemink Campion 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 好了 Car Campion